Herzlich Willkommen bei Fettspielen. Ich bin mir und grüße euch zu einem neuen Let's Test. Das Flash-Game, welches ich gleich spielen werde, heißt Mr. Bean Bubble Shooter und dieses Game habe ich natürlich auf Fettspielen gefunden und wenn ihr das auch mal testen möchtet, müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann könnt ihr das direkt kostenlos spielen. So, dann drücke ich jetzt mal auf Play und ja, typisches Bubblespiel, Bubbleshooter-Spiel. Hier links ist Mr. Bean. Ich versuche jetzt mal da oben so ein paar Punkte zu machen, indem ich hier diese Bubbles abfeuere und den gleichfarbigen Bubbles zuordne. Ich gebe zu, ich bin ein Anfänger, was Bubblespiele angeht oder Bubbleshooter. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich so ein bisschen abkacken jetzt, aber naja, ich bin mal gespannt, wie das so abläuft hier. Auf jeden Fall kriege ich immer Punkte, wenn ich hier bei Pro Ball oder Pro Bubble scheinbar 10. Ja, 30, ja genau. Drei Stück habe ich zerstört, also 30 Punkte. Die werden auf mein Punktekonto hier links gut geschrieben und da bin ich jetzt echt gespannt, wie viele Punkte ich erreichen werde und ob ich überhaupt das erste Level schaffen werde. Ich bin mir da nämlich ehrlich gesagt noch nicht so sicher, aber es geht ja bis jetzt so. Orange ist nichts, na super. Ich weiß nicht, spielt ihr öfter mal Bubblespiele? Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps geben, weil ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig den Sinn dahinter verstanden, aber ich dachte so, Mr. Bean ist ja ganz nett, ne? Mach ich halt mal einen Bubbleshooter für euch. Vor allem ist mir auch eingefallen Mr. Bean. Also ich kenne ja Mr. Bean. Ich habe auch Mr. Bean, ich habe den Film geguckt, ich habe Johnny English geguckt, äh, English. Ich habe die Serie, diese Comic-Serie habe ich damals geguckt und natürlich auch die Filme und die Real-Life-Serien, die es gab. Aber ich kann mich irgendwann nichts richtiges erinnern, außer dass er immer diesen Teddybär dabei hatte und so ein, also bei den Serien, bei diesen Comic-Serien ist da doch immer diesen grünen Mini-Cooper gefahren mit der schwarzen Motorhaube. Da teilen kann ich mich noch erinnern, aber was jetzt genau so lustig an dem Bar, das habe ich vergessen. Wisst ihr das vielleicht noch? Ihr könnt mal das gerne mal unter das Video schreiben. Ich würde mich nämlich gerne zurückerinnern. So, ja, das sieht hier, das kommt auch immer weiter runter. Ja, habe ich nicht nur das Gefühl, sondern das ist auch so. Aber ich habe ja schon mal 1.000, ne, 400, doch 1.420 Punkte. Das ist, denke ich mal, nicht schlecht für den Anfang. Aber ihr könnt das bestimmt besser. So, ja, ich glaube, ich bin hier auch gleich gelb auf, weil ich so gut bin. Das ist dann hier gelb. Da kriege ich es da hin. Ja, das war mal ein Erfolg. Ja, ich muss versuchen, hier jetzt weiter oben, glaube ich, zu zerstören. Bubbles, aber das ist nicht so einfach. Wenn dann die falschen Farben kommen, die man nicht gebrauchen kann, ist das immer etwas doof. So, gelb ist hier. Oh Gott. Ich sehe mich schon, Game Over geht. Oh, nochmal 30 Punkte. Naja, wenigstens kriege ich ein paar Punkte dafür. So, gelb hier. Es geht ja nicht nach Zeit, sondern ich muss das hier nur nach, aber das sind noch so viele bunte Bubbles. Also, ich weiß nicht, könnten sich da mal ein paar weniger, also ein paar weniger würden auch reichen. Zumindest für mich als Anfängerin. Oh Gott. Ja, hier unten ist jetzt schon, ah nee, das ist der, genau, da kommen immer die neuen Bubbles. Aber ich glaube, ich werde hier gleich tot sein. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Wie lange ich noch überleben kann. Hier links, da muss ich doch, hier, grün. Ja. Jetzt brauche ich hier noch was. Ich hoffe, es geht jetzt nicht gleich runter, dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen herauszögern. Mein Ende. So, hier. Ja. Ja, das war sehr gut. Jetzt habe ich mich schon mal ein bisschen hier unten gerettet. Äh, jetzt gehe ich mal hier rüber. Oh, das war nix. Pink. Pink kriege ich den, ja. Äh, grün hier. Gelb dort. Ich weiß nicht, ob es da auch ein nächstes Level gibt. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich wahrscheinlich gleich sterben werde. Aber ihr könnt das ja sicherlich rausfinden, wenn ihr das mal spielt und mir das dann auch gerne mal unter das Video schreiben. So. Oh, oh, oh. Ich glaube, das jetzt kann ich, ja. Game over. 3870 Punkte. Ich denke, das kann man besser machen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal und gucke mal, wie weit ich komme. Äh, ja. 3870. Das war ja mal schlecht. Gut. Also, ich werde das jetzt hier noch ein bisschen weiter üben. Ich hoffe, bei euch klappt das alles ein bisschen besser. Vielleicht können wir ja, wie gesagt, ein bisschen was von Mr. Bean unters Video schreiben. Ich würde mich drüber freuen. Und, ähm, ja, wenn euch dieses coole Game auch gefallen hat, dieses Flash-Game mit Mr. Bean und Bubble-Shooter und alles Geschicklichkeit spielen und alles in einem, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann könnt ihr dieses Flash-Game direkt auf Fett spielen kostenlos spielen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Tschüss, eure Miri.